Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg hat mir damals eine 3 Minus. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld. Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bankenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet. Von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken. Und das herausfinden. Ja. Ähm... Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuche es. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wäre es denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis, die Ehrenmedaille der Behörde. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Ah, danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Woher zwischst. Ja? Ja? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Roter! Miles! Miles! Bist du okay? Miles! Miles! Peter! Komm schon! Peter! Miles! Miles! Ich bin der Fall. Bleib bei mir! Oh Gott, sehr Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Ich kann meine Hand, wenn du mich hörst. Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Mom! Das ist verrückt. Da drüben! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich werde dich aufzuhören, hinzurent. Ich werde dich aufzuhören, schaffst du in die Zeit. Ich werde dich aufzuhören. Oh Mann! Mom? Mom! Mein Herz! Ich kann nicht atmen. Schnell! Schnell! Schnell da! Es rutscht weg! Nein! Hat sie! Mal! Mal! Alles okay? Bist du okay? Ja, ja, ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Okay, hör zu. Ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Nein. Miles, nein! Dad ist da drin. Ich werd ihn finden. Miles! Nein... Bobcat... Schatz. Dein Bier! Bitte! Dad lebt. Ich weiß es. Er steigt genau hier. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Na, 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 na. Hier ist es ein Problem. Hier ist es ein Problem. Hier ist es, was ich? Was ich? Ich kann nicht rüber. Ich muss um die Typen umgehen. Der Stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Jetzt! Ich hab dich, Dad. Stopp! Nein! Es ist genug. Wir müssen weg. Jetzt! Dad! 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 Dad, nein! Verhöfdig! Verhöfdig! Papa... Untertitelung des ZDF, 2020 Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus Salz. Ähm, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich, ich... Das wolltest du doch sagen, oder? Oder... Die Zeit teilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das, das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid. Ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das tut mir leid, Chef. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann! Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenn dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur, Zuli? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Juri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich hab nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hm. Hört sich weit her gut an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Hab ich! Ich habe gerade von einer Bomb. Heute ist dein...